München ist das schönste Dorf der Welt. Aber was passiert, wenn das Dorf nachts seine Bürgersteige hochklappt? Wenn kein Oktoberfest die Stadt beschallt und das Fremdenverkehrsamt schläft? Nichts? Doch, dann erwacht die andere, die dunkle Seite der Bonsaistadt. Tausendmal ist nicht genug. Geben wir der Stadt ihre Show zurück. Die Alikanschau. Das Gute daran ist das Böse darin. München hat endlich seine eigene Show wieder. Die Ali Kahn Show. Premiere 19. März 2015. Cincinnati Kino. Tickets jetzt bei München Tickets sichern. Geben wir der Stadt ihre Show zurück. Jo!